Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mandantinnen, liebe Mandanten, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem 23. Forum Global einladen. Es findet am 30. Juni 2022 in unserem Nürnberger Stammhaus hier statt. Wir haben wieder 24 Themenvorträge und Panel-Diskussionen für Sie vorbereitet. Wir haben weiterhin das Wissen aus den 50 Ländern, in denen wir eigene Niederlassungen haben, Ihnen zur Verfügung gestellt. Und wir haben eine Themenmesse mit acht Themenschwerpunkten und noch vier weitere Impulsvorträge in den Pausen, die zu Diskussionen anregen können. Sie sehen, ein reichhaltiges Programm. Es wird wie immer um die Themen gehen, die Sie als international, global tätiges Unternehmen beschäftigen. Wir müssen vorausschauend handeln, wir müssen uns vorbereiten auf die Fragestellungen, die vor uns liegen. Und wir versuchen auch als Rüttel und Partner, die Themenstellungen zu antizipieren, die auf uns alle zukommen werden. Neben den globalen, grenzüberschreitenden Themen haben wir besondere Schwerpunkte, die sich natürlich auch aus den Auswirkungen aus der Corona-Pandemie ergeben werden. Die Störung von Lieferketten und die rechtlichen Auswirkungen beispielsweise und auch Fragestellungen wirtschaftlicher Auswirkungen aus dem schlimmen Krieg in der Ukraine, um nur einige Themen zu nennen. Ich freue mich ganz herzlich darauf, Sie alle wieder persönlich hier in unserem Nürnberger Stammhaus begrüßen zu dürfen, nachdem wir die letzten zwei Jahre unser Forum Global auf virtuellem Weg zusammen bestreiten durften. Hoffentlich bis bald. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rödl.